Ihr hört, baut er keine Kompression auf. Ich schätze mal, Ventile vielleicht verbrannt. Ja, wir haben hier einen schönen Polo 6N 1 Liter und wir haben für den Wagen sagenhafte 100 Euro bezahlt. Dass ich mal so ein Auto kaufe und dann meine Azubis austoben lassen. Nach dem TÜV hat der Motorschaden wird. Einfach nicht mehr angespannt. Rafet macht das Ganze. Ich halte mich da komplett raus. Willkommen bei KFZ-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr im Titel schon seht, werden wir einen Motorschaden beheben. Aber das werde ich nicht machen. Das wird der, der hinter der Kamera ist, machen. Unser Rafet. Ja, wir haben hier einen schönen Polo 6N 1 Liter. Hat eigentlich mal eine sehr schöne Ausstattung. Alufelgen, Allwetterreifen. Der hat den frischen TÜV gehabt vor halbem Jahr. Seit halbem Jahr haben wir den Wagen auch. Und wir haben für den Wagen sagenhafte 100 Euro bezahlt. Und das war der Schrottpreis. Dann habe ich gesagt, ich kaufe diesen Wagen, weil ich das immer öfters mache, dass ich mal so ein Auto kaufe und dann meine Azubis austoben lasse. Also es geht rein darum, dass man den Motor selber ausbaut und selber repariert. Und das wird der Rafet machen, nicht ich. Ich werde an diesem Auto gar nichts machen. Gar nichts. Das wird der, der hinter der Kamera ist, er wird damit anfangen und fertig machen. Weil ich bin der Meinung, dass ein Azubi sowas am besten selber lernt, wenn er es selber macht. Wir können den so oft sagen, wie wir es wollen. Wir können das so oft zeigen, wie wir es wollen. Der wird es niemals so gut hinkriegen, als wenn er es selber macht. Deswegen werde ich diesen Motor erst mal da Fett machen, weil der hat einen kompletten Motor Schaden, der hat überhaupt keine Kompression. Ich zeige euch mal, was es ist, wie es ist. Ich mache den mal an. Oder versuche den mal anzumachen. Wie ihr hört, baut er keine Kompression auf. Ich schätze mal, Ventile vielleicht verbrannt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein wirtschaftlicher Schaden auf jeden Fall. Wir haben natürlich einen Motor besorgt. Das habe ich schon seit sechs, sieben Monaten. Liegt er schon hier. Seit ich den Motor schon habe, das haben wir auch für kleines Geld geholt. Ich glaube, 100 Euro habe ich für den Motor bezahlt. Mit, ja, mit Lieferung vielleicht 120, 130. Weiß ich gar nicht mehr. Weißt du das noch, Rafik? Ja, war. 120, 130. Irgendwie so komplett. Also, sprich, die beiden für 250 Euro. Sollen wir so machen. 250 Euro. Zeigt mir den Wagen, Rafik. Der ist eigentlich nicht schlecht. Hat ein Schiebedach komplett. Elektrische Fenster. Allwetterreifen. Und das geile war, wo wir den gekauft haben. Also, Scheibenkürze waren neu. Reifen waren neu. Und keine Billigreifen. Das waren Friedesteinreifen. Und das geile war, der hatte frisch TÜV gehabt. Und nach dem TÜV hat er eine Motorschande. Einmal nicht mehr angesprochen. Ist egal. Wir haben einen neuen Motor. Rafik macht das Ganze. Ich halte mich da komplett raus. Und ich finde, Rafik kriegt das hin. So, jetzt gehe ich hinter der Kamera und zeige euch mal Rafik. Und er soll mal erklären, wie er damit anfängt. Einverstanden? Einverstanden. Ich bin der Rafik. Ja. Ich bin im dritten Lehrern. Ja. Sag mal eins, Rafik. Ja. Also, ich muss ja dazu sagen, Rafik kann vieles. Also, wenn es um Versteißteile-Austausch geht, ist Rafik schon Nummer eins. Da kann man schon nichts sagen. Der kann das. Turbo-Technik hat er ja viel von mir gelernt. Aber, ja, Motoren aus und Einborn hat auch von mir gelernt. Aber, Rafik, hast du schon mal sowas gemacht? Nein, noch nie. Hä? Weißt du, wie du jetzt hier dran gehst? Weißt du das? Nein. Kannst dir jetzt nicht vorstellen, wie du hier dran gehen kannst? Was du machst? Was du tust? Batterie als erstes abklemmen. Oh. Und dann, ja, abbauen. Ja, wie denn? Du musst ja irgendwie wissen, wie du abbrust. Soll ich dir erstmal einen Tipp geben? Ja. Baue doch erstmal alle Anschlüsse ab. Oder guck mal, ob er einen Sammelstecker hat. Dann guck. Und wenn du nicht weißt, mir ist das egal, ob du ein Stift und ein Blatt nimmst, da will ich dir nicht helfen. Da will ich dir nicht helfen. Weil der wird, wenn der hier in Ordnung ist, Rafik, wenn der Motor hier in Ordnung ist, soll das Ding laufen. Und da bist du zuständig, nicht ich. Ne? Also, mir brauchst du nicht hier, also du musst mich hier gar nicht rufen. Christian, hast du ihn? Ja. Wie lange brauchst du dafür? Bestimmt zwei Wochen. Zwei Wochen? Ja, bestimmt. Ich hab noch nie den Motor ausgebaut. Zwei Wochen? Wie lange baue ich dafür den Motor ausbauen? Halbe Stunde, dann hast du den draußen drin geschaut. Ja, warum du nicht? Du siehst doch, wie ich das mache. Ja, aber ich hab das noch nie gemacht. Ja, das ist deine Sache. Ne? Also, du wirst hier machen einmal den Zahnriemen. Wirst du natürlich neu machen bei dem anderen. Die Kupplung schaust du an, ob die Kupplung in Ordnung ist. Die Kupplung wirst du machen. Ja, alles, alles. So, dass wir dem Motor, also ich werde dir natürlich dem Ein- und Ausbau helfen. Das ist klar. Aber sonst mach ich nichts. Und ich glaube, guck mal, die Bühne, ich geb dir jetzt mal ein Ultimatum. Aber ist mir auch egal, wie lange du dafür brauchst. Ob du auch Überstunden schiebst. Ich geb dir, nächste Woche, Mittwoch muss der Wagen laufen. Mittwoch, guck mal, wie viele Tage sind das? Da, wo du hier bist. Ich glaube, wo ich hier bin, sind fast eine Woche. Fast eine Woche? Ja. Ja, du musst aber, du gehst zur Schule. Ja. Okay, Freitag gehst nicht zur Schule, da hast du Dings. Montag bist du da und Mittwoch. Ja. Ja. Das sind drei Tage. Drei Tage. Ja. In drei Tagen schaffst du das doch. Okay, komm, machen wir nächste Woche Freitag. Okay. Freitag? Ja. Aber ich helfe dir nicht. Ja, okay. Ich meine es ernst. Ja. Mir ist es egal, ob du Stift, Blatt nimmst, ob du jeden einzelnen fotografierst, das ist mir egal. Du brauchst nicht zu mir ankommen. Okay. Steuerzeiten ist mir auch egal. Du kannst das ausdrucken, gucken, wie die Steuerzeiten sind, dann machst du das. Bei der Kupplung brauch ich dir sowieso. Machst du ja trotzdem. Kupplung ist ja kein Problem. So. Was meint ihr, schafft er das bis Freitag? Habt ihr es? He? Schafft er das bis Freitag? Hey, was ist los? Schaffst du doch, Rolo? Was ist denn so? Ey, weißt du, wie ich mich freuen würde, wenn ich sowas haben würde? Als in meiner Azubi-Zeit sowas zu haben? Ich freue mich ja, aber bis Freitag, ob ich das schaffe, ist die Sache. Bis Freitag? Das sind fünf Tage. Ja. Fünf Arbeitstage, okay. Rechne doch von zwei Tagen arbeitest du noch hier. Du sollst ja nicht nonstop hier arbeiten. Du sollst ja noch mal deinen normalen Beruf vorgehen. Also, das ist ja nur, nennen wir das Mann, das ist der Rafet-Projekt. Schaffst du schon? Schaff ich. Den nimmst du und den Motor baust du ein. Für 100 Euro unser Motor. 100 Euro unser Auto und Rafet macht das Ganze. Und dann mal schauen. Aber soll ich dir was sagen, Rafet? Wenn du das gemacht hast und der fährt, dann fahren wir eine Runde damit. Dann wirst du so ein geiles Gefühl haben. Das wird dir nichts anderes geben. Selber gemacht zu haben. Selber. Weil, ist ja nicht so, dass der Motor gelaufen hat. Der Motor hat gar nicht gelaufen. Das ist nicht irgendwie eine Zylinderkopfdichtung machen oder so. Und dann läuft er gut. Nein. Das ist ja was. Der hat ja nicht einmal gelaufen. Und das ist das Schöne, wenn du da einen Motor einbaust und das Ding läuft. Das ist ein Gefühl, wenn du damit fährst. Glaub mir. Glaub mir. Also, denk an diese Worte. Wenn wir am Freitag damit fahren. So, ihr könnt in die Kommentare mal schreiben, was ihr davon hält, dass ich ein Azubi einfach einem Motor gebe. Also, denkt dran. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Also, ist kein Kundenfahrzeug. Das ist ein Auto, damit sich der Rafet damit austoben kann. Also, ganz wichtig. Nicht, dass ihr denkt, ey, was macht ihr denn da? Okay, Rafet. Schaffst du? Ja. Wie lange brauchst du? Fünf Tage dann. Fünf Tage immer noch. Also, ist mir egal. Freitag. Freitag läuft das Ding. Freitag, sechs Uhr hast du Zeit. Ja. Freitag, am Freitag werde ich ein Video rauchen. Also, raus rauchen. Ja. Ne? Und wir werden das natürlich aufnehmen. Also, du fängst ja heute an. Du wirst heute erstmal ein bisschen abbauen. Und dann machen wir noch ein Video, wie du alles abgebaut hast. Und dann den Zahnriemen und so. Gucken wir uns den Motor zusammen an. Wie der und so ist. Und dann beim Einbauen. Also, da werden wir schon ein, zwei, drei Videos vielleicht raushauen. Ne? Du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Das schaffst du doch. Das ist doch kein Ding. Wenn der Motor läuft, Rafet, dann ist das kein Ding. Mach dir keinen Kopf. Hauptsache der andere Motor läuft. Ja. Okay? Okay. Okay. Wie geht's jetzt voran? Nur ganz kurz. Wie wirst du vorangehen? Stecker abziehen. Stecker abziehen. Okay. Stecker abziehen. Die ganzen Schläuche abziehen. Gucken, wo was hinkommt. Sehr, sehr wichtig. Da werde ich dir nicht helfen. Nehmen dir ein Blatt. Nehmen dir einen Stift. Das Ding läuft, ohne dass ich dir helfen muss. Und wenn ich dir helfen muss, dann ist es vorbei. Okay? Okay. Das Ding gehört keinem Kunden. Damit sollst du einfach mal lernen, selber was abzubauen, um zu wissen, wo was hingehört. Deswegen ist es auch immer sehr, sehr wichtig, damit du mehrere Schachtel hin tust. Da sagst du okay. Weil du musst dir vorstellen, du wirst dir in dem Motor nichts abbauen. Du kannst dir ja komplett so rausnehmen. Was du nur machen musst, natürlich hier. Kabel, Schaltgestänge und so. Das sollst du ja alles machen. Aber wenn du irgendwas abbaust, dann sollst du ja auch merken, wie das alles ist. Und dann nicht denken, Yunus Abi hilft dir. Weil an dem Projekt helfe ich dir nicht. Das kannst du schön selber machen. Okay? Okay. So, ich glaube an dich. Hadi, komm. Mal gucken. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es ausgebaut wird. Und dann reden wir nochmal mit Rafet. Und folgt dir nicht auf Insta. Und dann vê , wenn es ausgebaut wird, wenn es aus pessimismus wird.